Bereiten Sie sich darauf vor, dass Sie die realistischen Effekte nicht nur sehen und hören, sondern auch empfinden werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für physische oder emotionale Reaktionen des einzelnen Besuchers. Man muss lange warten, um einen Platz in der Achterbahn zu bekommen. Wenn Sie Ihren Platz eingenommen haben, halten Sie sich gut fest, denn es erwartet Sie die atemberaubendste Fahrt Ihres Lebens. Universal reist Sie jetzt mit in einer Kriminalstory im Tempo eines Sturzfluges, bei dem Sie den Sturzflug selber miterleben. Achterbahn. Tödliche Unfälle in Vergnügungsparks. Und die Spannung beginnt. Zwei Unfälle in einer Woche. Wer will das nicht? Die Polizei? Eine Konferenz in Chicago und die Gegenmaßnahmen beginnen. Er hat zwei Unfälle an zwei Plätzen verursacht, die 2000 Meilen auseinanderliegen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Das beweist, dass er Kenntnisse in Statik und Sprengtechnik besitzt und vermutlich im Bereich der Elektronen. Die Tonbandaufnahme eines Fremden und die Angst beginnt. Ich wiederhole mich nicht. Tun Sie genau, was ich sage. Täglich kommen 25.000 Menschen in unseren Vergnügungspark. Die müssen geschützt werden. Ziehen Sie das FBI-Entzug. Die Übergabe ist morgen. Wieso hat er sich einen solchen Ort ausgesucht? Weil hier viel Betrieb ist und weil man ihn hier schwer überwachen kann. Aber wir haben einen Vorteil. Welche, Mr. Holtz? Calder. Vielen Dank. Eine Übergabe in Virginia und die Jagd beginnt. Harry? Ja? Sie wissen, was passiert ist, Harry. Sie haben meine Bedingungen nicht erfüllt. Ich bin sehr enttäuscht. Lassen Sie die Bahn stoppen. Sie sind gestartet. Die Jagd ist zu Ende. Doch nicht die Höllenfahrt. Sie sind schon auf der Talfahrt. Keine Chance mehr, die Bahn anzuhalten. Sie sind schon auf der Talfahrt. Achterbahn.